Was besonders toll an dem Projekt ist, ist, dass die Arbeit von vielen, vielen tausend Leuten, die Wikipedia erst zu dem gemacht haben, was sie ist, tatsächlich auf dem Mond landet. Wir haben eine E-Mail bekommen, da stand dann einfach drin, wir kommen aus Berlin, fliegen zum Mond und wollen Wikipedia mitnehmen. Hallo, ja, ich bin Ruhr Klümel, Leiter der PT Scientists, also einem Team von wissenschaftlichen Ingenieuren, die das Ziel haben, private Raumfahrt zu machen. Wenn man sich die Raumfahrt anschaut, hat man schon immer versucht, eine Nachricht der Menschheit für die Zukunft mitzugeben. Unser Gedanke war einfach, wenn wir so etwas Ähnliches machen wollen, dann bedienen wir uns einfach bei der bestmöglichen Quelle des Wissens, was wir heute haben, und das ist die Wikipedia. Es ist eigentlich ganz einfach, Wikipedia zu nehmen und auf einen Datenträger zu packen. Die größte Herausforderung, die wir hatten, war, eine Auswahl zu treffen. Als erstes war klar, wir sollten das nicht alleine tun, sondern die Leute fragen, die Wikipedia tatsächlich schreiben. Und das ist die Wikipedia-Community in der ganzen Welt. Auf der Disc, die jetzt fertig ist und zum Mond fliegen kann, sind etwas über 30.000 besonders gelungene Artikel und sogenannte Listen. Wir haben es geschafft, Jesus, zu euren Händen. Das, was ihr hier seht, ist natürlich Alina, also unser Raumschiff. Wir haben jetzt gerade eine Rakete gebucht, frühestmöglich Ende 2017 können wir damit starten. Was wir jetzt quasi erstmal nehmen, ist die Keramikscheibe, weil das ist eine abrubte Technologie von der NASA, da wissen wir, dass sie so funktioniert. Die lebt ungefähr 1.000 Jahre. Was wird passieren? Coole Frage. Na ja, weiß man nicht. Ich hoffe, dass sie da ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende überlebt und dann jemand dahin kommt und sich darüber freut. Dass dort Leute diesen kleinen Einblick in das Wissen der Welt von 2001 bis 2016 finden Beobachtung. Beobachtung. Der hat sich zum besluten. So ist das klingt. Und dann sieht man das Klingt. Und dann geht es Advanced Klingt. Okay. Das ist das. Wir haben jetzt auch noch eine Klingt. Vielen Dank.